Bulle oder nicht Bulle? Das ist die Frage an den Märkten. Natürlich nicht nur heute, sondern generell. Aber sie stellt sich aktuell auch bei den verschiedenen Indizes. Denn wenn man sich das anguckt, sind die Bilder ein bisschen unterschiedlich. Wir wollen uns das Ganze angucken. Schön, dass ihr euch das mit mir anschauen wollt. Fangen wir mal an mit dem Dow Jones. Den finde ich nämlich aktuell eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben gestern noch darüber gesprochen. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt, weil ich rede ja mehrmals am Tag über die Märkte. Aber ich kann mir vorstellen, wir hatten über die Box gesprochen, das weiß ich. Hatten wir auch schon über diese Umkehrkerze? Ich glaube, als wir damals gesprochen hatten, sah das Bild noch vor dieser Umkehrkerze aus. Da waren wir noch irgendwo hier und da habe ich gesagt, da ist noch keine Umkehrkerze. Sie sollte irgendwie so sein wie diese hier zum Beispiel. Guck mal hier, kleiner Körper, langer Tail. Ein Hammer, viele von euch wissen das natürlich. Auch das hier, kleiner Körper, langer Tail auf der Unterseite. Das ist eine der einfachsten, der simpelsten Umkehrformationen, aber eben auch eine relativ deutlich, die schönerweise viele sehen. Wenn ihr jetzt total begeistert seid und sagt, Mensch, und ich lese tausend Bücher, ich muss ja nur auf diese blöde Umkehrkerze gucken. Punkt eins ist, die gibt es natürlich nicht immer an einer Umkehr. Ihr seht, hier oben hat der Kurs umgedreht und da sah das nicht exakt so aus. Beispielsweise auch hier, beispielsweise auch hier nicht. Aber wenn so ein Umkehrmuster da ist, ist das mal ein Indiz. Ihr könnt die Wahrscheinlichkeiten deutlich erhöhen, wenn dieses Verhaltensmuster eben an einem klassischen Wendepunkt ist. Und da erzähle ich euch nichts Neues. Über den haben wir seit Wochen jetzt schon gesprochen. Dass irgendwo in der großen blauen Box, und wir haben das gestern oder vorgestern angefangen zu verfeinern in der kleinen Box, wenn der Kurs da ist, dann wären die besten Bedingungen dafür da. Und ich glaube, es sah gestern so aus, meine ich mich zu erinnern, als wir da gesprochen haben, und da war noch keine Umkehrkerze da. Wer jetzt das Video sich von gestern angeguckt hat und dann gesagt hat, ich gucke einfach auf eigene Faust später nochmal, der hat später das Ding gesehen. Seht ihr das? Kleiner Körper, langer Tail auf der Unterseite. Und der müsste eigentlich daraufhin den Verdacht haben, ist das nicht genau das, was wir hier besprochen haben? Nämlich quasi so eine oder so eine Umkehrkerze, aber noch eine andere, weiß ich nicht. Aber das waren die beiden, die ich euch gezeigt habe. Damit ihr so ein bisschen eine Idee habt, wie die Dinger aussehen. Kleiner Körper, haben wir gesagt, langer Tail auf der Unterseite. Dann ist das etwas, was ein klassisches Wendezeichen ist. Und weil es eben an einer wirklich interessanten Wendemarke ist, dort, wo wir das erwarten. Sprich, ich habe euch ganz häufig erzählt, dass diese Unterstützungslinien, die drehen den Markt nicht. Aber das sind Strohhalme, die den Leuten hingehalten werden, wo viele sagen, bin ich eigentlich bullisch? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Bin ich nicht bullisch? Dann ist es interessant, weil wenn der Markt durchgeht, also nicht nur ich allein, um zu sagen, blöde Formulierung jetzt. Wenn viele Leute nicht bullisch sind und es eine Unterstützung gibt und die Marktteilnehmer das nicht aufgreifen, ist das ein schlechtes Zeichen. Hier hatten wir eine Menge und wir haben gesagt, hier müssen wir genau hingucken. Das sind diese Entscheidungslevels sozusagen, wo man genau hinschauen muss. Dann kam auch noch diese klassische Umkaufkerze und ich erzähle euch nichts Neues, wenn wir mal gucken, was der Markt dann gemacht hat. Er hat sich nach oben entwickelt. Also insofern, das ist das aktuelle Ergebnis. Das ist nicht immer so. Ich möchte euch niemals den Eindruck vermitteln, dass ihr sicher sein könnt, wenn das oder das ist, passiert immer das als nächstes. Aber ihr sollt zumindest mal erkennen, dass das wahrscheinliche Szenarien sind und dass man als Händler klassischerweise, wobei, da muss man immer unterscheiden. Ich weiß, viele gucken das auch, die jetzt sehr, nicht institutionell, die sehr fundamentalistisch unterwegs sind, die jetzt gar nicht Trading-affin sind. Wir sind ja jetzt hier sehr, sehr Trading-affin in unserer Argumentation. Das heißt, gehen auch mal rein und mal wieder raus für einen Investor, der ist da ganz anders unterwegs. Der sagt, ich kaufe das Ding halt und dann ist gut. Das ist jetzt nicht die Aufgabe des Videos. Aber für jemanden, der sagt, ich will so ein bisschen timen, wie stehen die anderen dazu? Dann sind das Indizien, um zu sagen, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir dürfen eins nicht vergessen, wenn das die Wende ist, dann haben wir eine realistische Chance, dass der Kurs sich ja nach oben absetzt. Das muss nicht für immer sein. Ihr seht, das ist ja auch ein begrenzter Anstieg. Aber wir haben in dem Fall den Vorteil, dass wir eigentlich diesen Anstieg, den wir hier haben und diese Korrektur, die wir hier haben, realistisch zu Ende sein kann. Wir also nicht nur die Chance auf irgendeinen Anstieg haben, sondern sogar eine Chance haben, dass der Kurs sogar noch deutlich weiterklettert, nämlich das Ding noch mal nach oben weiter fort trägt. Das heißt, an so einer Stelle hat man dann die Chance mit relativ geringem Risiko. Die reinen Candlestick-Fans werden dann den Stopp hier unter diese Marke setzen. Fibonacci-Freunde vielleicht noch unter das Cluster. Elliott-Freunde vielleicht auf die 78, 6er-Marken. Die haben alle kleine Vor- und Nachteile, die Levels. Aber dass man da drunter quasi dann irgendwo seinen Stopp relativ eng ja platzieren kann. Und wenn der Markt dreht, hat man wenig im Risiko. Aber wenn der Markt läuft, kann man sagen, boah, wie geil ist das denn? Das läuft ja noch über Kilometer möglicherweise. Wer das jetzt verpasst hat, wir gucken uns gleich mal ein paar Szenarien dazu an, wie man vielleicht jetzt auch noch irgendwie was machen kann. Denn auch wenn wir das gestern so besprochen haben, also ihr habt ja vielleicht auch mal was anderes zu tun. Ausgerechnet gestern war Kinoabend. Ich war mit meiner Gang oder mit meiner Liebsten oder meinem Liebsten unterwegs und war dementsprechend abgelenkt. Jetzt habe ich es verpasst. Nie wieder habe ich die Chance. Nein, nein, keine Sorge. Sowas passiert regelmäßig und wird uns später auch noch mal die Möglichkeit geben. Aber wir haben so ein bisschen Orientierung. Für die etwas längerfristigen böte sich hier jetzt immer noch mal ein Einstieg an der 19. Mai-Marke an. Oder wenn der Kurs jetzt hier irgendwie einen Schub nach oben macht, in kleinerer Ebene wieder runterkommt. Und zwar ziemlich ähnlich wie das, was wir hier hatten. Schub hoch, wackelig runter. Da hatten wir damals ja auch drüber gesprochen oder das sogar als Long Trade gemacht. Mit Erwartungshaltung, dass das Ganze dann nach oben geht. Das kann hier ja auch noch passieren. Also es wird nicht die letzte Chance gewesen sein, reinzukommen. Aber wer es nicht gesehen hat, wer es verpasst hat, ein bisschen Augentraining mit mir zusammen. Wer es gesehen hat, wer abends selber noch mal drauf geguckt hat, der freut sich möglicherweise, weil der Markt im Moment tapfer nach oben geht. So weit, so gut. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Die Erwartungshaltung im Tagesschart hatten wir mehrmals angesprochen. Es ist eine realistische Chance, dass jetzt insgesamt diese Abwärtsbewegung zu Ende ist und massiv nach oben geht. Ich halte das zumindest mal nicht für abwegig, dass das passiert. Charttechnisch wäre es typisch. Das Verhalten der Marktteilnehmer in so einer Situation ist konform mit einem typischen Marktverhalten. Und wenn wir nicht wissen, was passiert, ist es, denke ich mal, rational sinnvoll, das zu tun, was typischerweise passiert in so einer Situation. Und da sind wir bei dem, was ein Charttechniker ausmacht. Viele sagen dann immer, ja, das ist ja mal rumgeraten. Man weiß ja nicht. Ja, ist völlig richtig. Wir wissen ja nicht, was passiert. Und wenn ich keine Ahnung habe, was passiert, ist es sicherlich am sinnvollsten, das zu tun, was normalerweise in so einer Situation typischerweise passiert. So, also insofern, da die Aufwärtsrichtung, da haben wir viel Potenzial noch nach oben, mit mehreren Möglichkeiten reinzukommen. Ich habe es eben schon erwähnt, wenn wir jetzt hier Schub, Pause, Schub, Pause, Schub bekommen und anschließend nochmal eine Korrektur nach unten, hat man die Chance, da entsprechend nochmal reinzugehen. Jetzt da oben, also wenn ich das jetzt hier verpasst habe, aus welchen Gründen auch immer, hier jetzt aktuell reinzugehen, finde ich jetzt nicht ganz so schön. Der Kurs ist ja schon unterwegs. Klar, der geht ja noch weiter, aber dann habe ich wieder mal, klar kann man auch machen, aber Stop-mäßig müsste man dann trotzdem den Stop dann hier unten setzen. Vielleicht kriege ich dann nochmal einen günstigeren Einstieg. Wenn ihr natürlich sagt, ich spiele das große Bild, jetzt habe ich es hier ein bisschen verpasst, klar kann man auch noch hier einsteigen, Stop da drunter und sagen, es ist immer noch ein ganz gutes CRV, aber es ist nicht mehr ganz so schön, muss man wissen, ob man das dann entsprechend machen will. Gucken wir auf den S&P und der S&P gefällt mir gut und der gefällt mir nicht gut. Was gefällt mir gut? Mir gefällt es gut, dass es im Moment nach oben geht, allerdings aus bullischer Sicht muss ich sagen, dass sich diese Aufwärtsbewegung entscheidet selber. Findet ihr die? Mensch, klasse, so sieht das richtig schön aus, wenn die Marktteilnehmer überzeugt sind. Ich habe eher den Eindruck, dass es eine korrektive Bewegung ist. Ich gehe jetzt mal hier auf den 4-Stunden-Shart und wir gucken uns das Stück hier mal an, diese Bewegung, die wir hier haben. Ich hatte, machen wir nicht alles weg hier, ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, nachdem wir das hier hatten, hier so ein bisschen wackelig hoch, dass wir hier jetzt noch eine kleine Korrektur erst mal bekommen. Jetzt bekommen wir eine große, ich muss also ein bisschen umdenken, im Sinne von vielleicht das Ganze so aufzufassen, das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber wenn ich sehe, dass wir relativ stark runtergelaufen sind, dass wir hier in einer Gegenbewegung sind, jetzt können wir doch mal gucken, wie groß ist diese Gegenbewegung, dass wir einfach so einen Einblick mal haben. Und wir erinnern uns, dass Gegenbewegungen gerne in diese Zone reinlaufen und da sind wir drin. Wir haben sogar schon theoretisch so leicht überschossen, aber das ist noch alles in Ordnung, das ist ja nur so eine Richtgröße. Wo ich pingelig werde, ist, wenn er diese Marke durchstößt. Also 4203, das ist ja der Future-Kurs, achtet drauf, wenn ihr irgendwas handelt, was abweichende Notierungen hat, dann müsst ihr das entsprechend anpassen, höchster Punkt messen, tiefster Punkt, die 78er Marke. Wenn ihr da durchgeht, ja dann will ich nicht mehr Short. Wie jetzt Short-Kurs geht doch hoch. Ja, ja, vorsichtig, ich gehe jetzt nicht pauschal Short an der Stelle. Aber ich bin auf der Suche nach dem Short, denn die Aufwärtsbewegung ist korrekt tief. Das heißt, wenn er jetzt zwischentiefst durchstößt, zum Beispiel das letzte, letzte hoch, vorletzte hoch, das tief, dann sehe ich zumindest eine Chance, dass wir diese Bewegung, die wir da haben, noch mal hier runter bekommen. Und ihr seht, die würde mich wieder dahin bringen, wo ich eigentlich sowieso gerne hätte, dass der Kurs klassischerweise hingeht. Was passiert, wenn der Kurs weiter nach oben geht? Dann lag ich falsch. Es ist aber nichts passiert, weil wenn der Kurs weiter nach oben geht, komme ich ja nicht rein. Ich käme allerdings natürlich rein, das kann auch passieren. Er macht mal das und geht dann hoch. Dann haben wir ja Pech gehabt. Aber ihr dürft nicht vergessen, bei so einer Gelegenheit habe ich dann so viel Risiko und habe so viel Gewinnweite, ja dann kann ich auch ein paar Mal daneben liegen. Also insofern beachtet das, dass ihr nicht zwangsweise damit immer richtig liegt, aber die Chance-Risiko-Verhältnisse sind ja noch zu meinem Vorteil. Also selbst, wenn ich nur in der Hälfte der Fälle richtig liege oder vielleicht sogar weniger als die Hälfte, habe ich eine realistische Chance, dass ich in der Summe besser dastehe. So, also insofern S&P finde ich auf der Long-Seite, witzigerweise geht das. Naja, es würde schon gehen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass S&P und Dow schon die letzten Wochen überhaupt nicht identisch unterwegs sind, also dass es da schon Unterschiede gibt. Und dürfen wir auch nicht vergessen, dass ein Rücksetzer bis dahin ja nicht das Ende des Bullenmarktes ist, sondern eine Korrektur mit Erwartungshaltung, dass es später hochgeht. Es ist also denkbar, dass er hier diesen Rücksetzer macht, vielleicht der Dow ein bisschen mal eine Pause, eine Aufwärtsbewegung, ein bisschen langsamer nach oben geht. Der wird ja jetzt nicht Dow nach oben schießen und S&P nach unten fallen wie ein Stein. Es kann sein, dass der Dow sagt, ich mache mal so ein bisschen seitwärts, mache mal Verschnaufpause und er fährt dann hier entsprechend runter. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das passiert. Es ist ja nur ein Gedankenmodell, aber ich kann sagen, bei dem kann ich zwischendurch noch mal ein Short machen, bevor ich später die Long-Seite noch mal wieder aufgreife. Wenn der Kurs tatsächlich nur in die von mir auch gestern ja genannten Marken, so 4.080, notfalls 3.980 hier, ich glaube gar nicht, dass es so tief geht, ausschließen will ich es nicht, aber mein Hauptfokus sind eher so die oberen Levels hier, was diese Erreichung hier angeht. Wenn er das hier in irgendeiner Form hat, danach kann ich mir gut vorstellen, dass er dreht, da achten wir dann hier wieder drauf, vielleicht auch auf den Wendeanzeiger. Also ihr seht, diesen Anstieg finde ich im Gesamtkonzert, auch weil er noch nicht das Tief hier erreicht hat, was eigentlich gerne abgefrühstückt werden sollte, muss nicht, aber die Chancen dafür sind relativ groß. Deshalb bin ich hier eher auf der Suche nach der Abwärtsseite und wenn wir das noch mal hier klassifizieren wollen, das wäre hier so ein Zwischentief, dann war das hier 26. Mai, nachts um 3. Ja, also ihr müsst ja nicht um nachts um 3 da sein, ihr müsst ja nur gucken, wo ist das Tief gewesen. Das wäre sicherlich ein möglicher Trigger. Wer ein bisschen aggressiver rein will, kann auch das Tief von 9.30 Uhr nehmen oder, nee, 10 Uhr ist es hier oder irgendwie sowas dazwischen. Zur Not auch noch das hier. Ich würde sicherlich eher mich auf diese beiden Tiefs hier konzentrieren. Das hier, weil es der tiefste Punkt zwischen diesem Hoch und diesem Hoch ist. Wenn ich den Trendkanal so halbwegs sehe, sind diese beiden Tiefs aber auch noch einigermaßen geeignet. Allerdings nehme ich nie die Trendkanallinie, sondern immer eine Horizontallinie. Das hat auch praktische Gründe. Ansonsten sind alle paar Minuten, alle fünf Minuten ist dieser Punkt ja höher. Dann ist dann wieder doof. Dann fange ich wieder an, jedes Mal mein Entry dann manipulieren zu müssen. Und dann ist noch die Frage, wie sauber habe ich das jetzt hier gezeichnet? Passt das? Ich nehme immer horizontale Linien. Könnte ja anders halten, aber Stichwort ist, schräge Linien sind für schräge Vögel. Ist nicht von mir. Das hat man mir in den 90ern mal beigebracht. Und ich fand das ganz gut. Und ich habe verstanden, warum das so der Fall ist. Weil es eben häufig Interpretationsschwierigkeiten gibt. Eine horizontale Linie ist hier genauso hoch wie da, wie da hinten. Aber gemäß dem Strahlensatz, das würde jetzt zu weit führen. Wenn ich hier winzige Abweichungen habe, kann das hier hinten schon viele Punkte ausmachen. Und dann ist die Frage, wie wertvoll ist dann der entsprechende Trigger. Aber den Glaubenskrieg wollen wir heute nicht lösen. Aber das sind Orientierungsmarken, um zu überlegen, hier nochmal die Short-Seite mitzunehmen. Mit Erwartungshaltung hier in diese Kiste 4080 und so weiter. Idealerweise so halbwegs gleiche Länge mitzunehmen. Aber 4080 ist da locker drin. Vielleicht sogar dann noch ein bisschen mehr. Wenn der Kurs nicht fällt, na gut, dann müssen wir mal gucken. Dann schauen wir uns das an. Also wenn er jetzt noch weiter klettert, spätestens wenn er die 4203, das ist die 78er Marke, der da durchgeht, dann muss ich sagen, mal sehen, was wir dann machen. Da finde ich die Short-Seite erstmal nicht so attraktiv. Kann trotzdem passieren. Aber zumindest meine ich Handelswert. Und die Long-Seite, da brauche ich dann vielleicht eher einen Rücksetzer. Das könnte dann so aussehen, dass ich mich dann hier vielleicht in Fehleinschätzung hatte. Dann würde ich, wenn das dann nachhinein so aussieht, dann würde ich dann sagen, na gut, jetzt erkenne ich auch, dass das Bullish ist. Und dann kann ich die nächste Korrektur dann wieder auf der Long-Seite oder da auf der Long-Seite dann entsprechend dann wieder mit dabei sein. Aber vorläufig, das finde ich zu viel Rumgeholze. Das mag ich ehrlich gesagt nicht. So, ich habe hier bewusst mal eine Zeichnung drin gelassen, damit ihr seht, gestern, als wir gesprochen haben, war das wahrscheinlich, ich muss jetzt genau gucken, sah das wahrscheinlich so aus. Und da habe ich euch vermutlich gesagt, guck mal, wenn der jetzt wackelig hochkommt, dann lasse ich mich hier Short triggern, wenn er das macht. Guck mal, wie blöd, ist überhaupt nicht aufgegangen, aber guck mal, wie schön, ist ja auch nichts passiert. Das heißt, ich lag mit der Short-Idee falsch und habe dann vielleicht einen Anstieg verpasst, aber ich habe mit dem Short in dem Moment jetzt nichts riskiert. Das ist nicht so, dass das nie zu irgendeinem Risiko führt, aber aktuell ist das mal die Aufwärtsseite. Der Nasdaq, wenn ich einen 5-Minuten-Chart angucke, schaut euch diesen Anstieg an. Gefällt mir viel besser als das, was ich beim S&P aktuell habe. Also insofern, da könnte man jetzt gucken, gerade so die Intraday-Händler, wenn ihr sagt, Schub hoch, wackele ich runter mit Überschneidung so in den mittleren Bereich. Zwischenlong, das, was wir da haben, kommt nochmal. Wenn ihr das habt, ein Dreiweller, Dreiweller ist immer korrektiv. Wenn das, ja, dass das mindestens nochmal. Kann ja mehr werden, arbeitet mit einem Trailing-Stop, ja, dann ist das in Ordnung. Also zum Beispiel Supertrend, Parabolik, da könnt ihr euch überlegen, oh, die sind arg weit weg. Die gefallen mir nicht, die sind mir zu weit weg. Also ich will jetzt nicht da oben drin sein und mein Stop liegt hier. Ja, dann kommt der Kurs runter. Ja, nee, das finde ich zu weit weg. Dazu ist er jetzt zu stark gestiegen, also dann müsste man auf eine kleinere Ebene gehen. Oder was man machen kann, ist, dass ihr zum Beispiel diese oder diese, diese, diese Größenordnung messt. Und dann sagt, okay, in dieser Größenordnung billige ich im Rücksetzer zu. Ich mache das mal so halbwegs, dass man sagt, wie groß war der Rücksetzer vom Hoch an? Wie groß war der Rücksetzer vom Hoch an? Wie groß war der Rücksetzer vom Hoch an? Die klastern jetzt natürlich überhaupt nicht. Die sind alle jetzt viel kleiner. Aber dann könntet ihr sagen, einen von diesen Linien nehme ich jetzt hier, damit ich, wenn wieder so ein Rücksetzer kommt, ich den noch überlebe. Wollt ihr die kleineren überleben, dann habt ihr dann die kleineren, also diese hier, die Marken, dann ist er natürlich enger dran. Aber wenn er dann einen etwas größeren macht, fliegt er halt raus. Na gut, dann freut ihr euch vielleicht über den Gewinn, den ihr da schon gemacht habt. Das ist ein bisschen so eine Sache, wie ihr das aufsetzt oder aufsetzen wollt. Für mich ist aber dieser Stop aktuell eigentlich zu weit weg, wenn ich in diesem 5-Minuten-Chart unterwegs bin. Na gut, kann man jetzt noch einsteigen? Also da steigt bitte, naja, müsst ihr wissen natürlich, aber da steige ich nie ein. Warum steige ich da nicht ein? Weil dann wäre mein Stop irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin mit der Stop-Politik da nicht so zufrieden. Ich kann da natürlich eine der grünen Linien nehmen, aber das sind eher Notlösungen, finde ich nicht 100% schön. Wenn er jetzt hier eine Korrektur macht irgendwie, dann kann ich zumindest hier einsteigen, habe einen Stop da drunter oder 78er Marke und kann dann sagen, meine Erwartungshaltung ist mindestens ein neues Hoch. Ja, damit kann ich leben. Das ist nicht optimal, aber dann habe ich das, das als CRV, als Mindest-CRV in der hoffnungsvollen Erwartung, dass er sogar noch ein bisschen weiter geht. Ist nicht mein Ansatz. Ihr wisst, ich mag immer gerne die erste Welle. Also wenn der Kurs, machen wir mal die Punkte weg hier, wenn der Kurs von oben kam und wir haben am Anfang Anstieg und danach sind wir überschneidend hier runter. Das ist für mich immer ein schöner Trade mit Mindestziel hier. Wahrscheinlich mit einer Teilgewinnmitnahme und den Rest vielleicht mit der Hoffnung, den zu überleben. Dann wäre man hier wahrscheinlich irgendwo getrailt rausgeflogen, irgendwo in der Mitte, je nachdem wie man nachtrailt. Aber man hätte immerhin schon mal einen guten Trade hier mitnehmen können. Gut, das ist Geschmackssache. Also man muss auch nicht immer alles mitnehmen. Ich weiß, viele wünschen sich immer, nein, 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 da war eine Bewegung und die will ich mitnehmen. Finde ich schwierig. Aber müsst ihr natürlich gucken. Wir sind immer in der Versuchung von vielen guten Bewegungen, einige gute Bewegungen eben zu bekommen. Gut, insgesamt, naja, wir sind weiterhin in der Aufwärtsbewegung. Wir hatten über diese Korrektur hier gesprochen. Von dieser Korrektur hier gesprochen. Die scheint fertig zu sein. Vielleicht ist das das Pendant zu dieser Korrektur. Ich weiß es nicht. Das Mittelstück sieht jetzt nicht so richtig schön aus hier. Aber wir sind nun mal insgesamt in der Aufwärtsbewegung. Da machen wir uns wahrscheinlich nichts vor. Aber wir sehen auch, dass wir lange keine richtige, keine ordentliche, keine große Korrektur mehr hatten. Also früher oder später kommt dann mal wieder so eine Korrekturgröße. Rechnet halt damit. Selbst in der gleichen Größe werden wir jetzt nicht mehr überschneidend. Also wir können schon davon ausgehen, dass jetzt mindestens mal so eine kleinere oder so eine größere Korrektur irgendwann kommt. Wenn ihr sagt, die will ich nicht überleben, dann sollte der Stop natürlich enger hinterhergezogen werden. Und könnt ihr mal gucken, wo er hier liegt. Die sind auch relativ weit weg. Es sei denn, ihr sagt, ich will das Sorglos-Paket. Ich gucke mir das gar nicht großartig an. Der soll einfach laufen. Über viele Tage oder Wochen. Das hängt jetzt davon ab, ob ihr eher Intraday unterwegs seid oder ob ihr eher im Tageschart unterwegs seid und sagt, Mensch, ich gucke da zwei, dreimal die Woche drauf aus Neugierde, aber ich muss da auch nicht jedes Mal aktiv werden. Aber es sieht danach aus, als ob generell der Bullenmarkt der Fall ist. Und wenn ihr jetzt sagt, das passt doch nicht zum S&P. Doch, doch, auch der ist ja im Bullenmarkt. Auch wenn ich sehe, dass der eine realistische Chance hat, das nochmal zu erreichen. Das muss er nicht, aber die Chance sehe ich. Aber das bürte ja dann hier in dem Umfeld ja auch wieder schöne Einstiegsmöglichkeiten. Ja, und der DAX. Der DAX ist insofern interessant. Vier-Stunden-Chart nochmal vor dem Wochenende jetzt hier. DAX-Index. Wir haben gesehen, dass er hier runtergegangen ist. So das Mindestmaß nahezu erreicht hat. Das ist übrigens interessant. Wir hatten auch hier nahezu, wenn wir auf Tagesebene gucken. Also das ist ein gutes Zeichen, wenn die Korrekturen immer nur so das Allermindeste machen, damit sie eine vollwertige Korrektur sind. Das heißt, dass der Markt wirklich stark ist. Auch hier, die Marktteilnehmer hätten noch tiefer gedurft, hätte keiner gemault, hätte jeder gesagt, wieso, normale Korrektur. Aber die Marktteilnehmer haben gesagt, ja, lieber vorher schon wieder einsteigen. Das zeigt, dass die DAX-Teilnehmer insgesamt noch nicht wirklich negativ drauf sind. Und nachdem wir hier quasi angekommen sind, hier unten, hier hatten wir übrigens auch diese Wendeanzeige hier. Seht ihr das? Seht ihr diese Wendekerze hier? Allerdings, nee, werden wir noch nicht gestoppt. Wären auch knapp, aber wohl noch nicht, wahrscheinlich noch nicht gestoppt. Gut, den Index handelt man ja normalerweise nicht, aber viele gucken auf den Index eben. Die Chance ist, wenn er in dieser Kiste wackelig reinkommt, im Moment sieht das nicht sehr wackelig aus, dass er nochmal später hier runterkommt. Die andere Alternative, ich habe euch zwei Szenarien gezeigt, dass das im Prinzip hier noch die Korrektur ist, dass er jetzt direkt weiter hoch läuft. Dann könnt ihr das daran sehen, wenn die Abwärtsbewegungen hier alle nur korrektiv sind, dann sind das beste Chancen eben für nochmal Long-Einstiege. So, wenn wir uns das hier mal angucken im 5-Minuten-Chart, dieser Anstieg korrektiv runter, dann ist das eine Möglichkeit, da einzusteigen. Ganz kurz nur fürs Augentraining, nur dass ihr das mal seht, das klappt nicht immer, aber wenn ihr irgendwie sowas habt und dann irgendwie was Wackeliges in den mittleren Bereich rein, dann ist es relativ realistisch, dass sich diese Bewegung nochmal fortsetzt. Hier ist es relativ kleiner Rücksetzer, aber zumindest mal ein Anzeichen, weil das dreiwellig korrektiv ist, dass es eben noch weiter hoch geht. Das sind mindestens als eine Indikation, in welche Richtung ist der Markt vorzüglich unterwegs. Also ihr habt das immer wieder, starke Bewegungsrichtung, dreiwellig und zumindest nochmal einmal die Fortsetzung, das was wir vorne haben, ungefähr hinten da hinten nochmal. Das klappt nicht immer. Jetzt haben wir hier wieder einen tollen Anstieg. Der kann doch noch weiter gehen, also es ist nicht gesagt, dass der da jetzt dreht. Wenn er wieder korrektiv runter geht, mit realistischen Chancen es nach oben geht, wohlweislich, ich zeige euch bewusst ein Gegenbeispiel, weil ich hatte gestern, vielleicht nicht mit euch, aber haben wir darüber gesprochen, das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier. Und das ist doch so eine ABC, dann wäre doch das ein Long Trigger. Das ist richtig. Einziger Nachteil war, ich mag das nicht so gerne, der DAX hatte schon zu. Das ist nur eine Bewegung aus Amerika, aber per se ist meine Erwartungshaltung, dass das passiert. Und ihr seht, das hat hier nicht geklappt. Ich will nicht, dass ihr den Eindruck habt, ja super, der pickt sich immer die schönen Sachen raus, es klappt aber auch ganz häufig nicht. Richtig. Aber immer dran denken, meine Gewinnerwartung ist irgendwie sowas und mein Risiko ist irgendwie sowas. und dann seht ihr, das ist häufig 2 zu 1 oder sogar noch besser, je nachdem, ich habe es jetzt hier nicht genau gemessen. Das heißt, ich muss nicht mehr in der Hälfte der Fälle richtig liegen. Also das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass ihr auch nicht die Lust verliert, nicht in eine Panik geratet, das klappt ja gar nicht immer, was ist das für ein Blödsinn? Nee, das klappt nicht immer. Aber wenn ihr diese Bewegungen habt, sind die Chancen für dieses Szenario wirklich gut und sind die Chance-Risiko-Relation zu euren Gunsten. Ihr könnt alternativ auch den weiteren Stop machen, auf diese 78er Marke dann hier, dann sind die CRVs nicht mehr ganz so gut, aber dafür sind eure Trefferquoten auf einmal höher. Das müsst ihr dann entscheiden, ob ihr mehr auf Trefferquote oder mehr auf Chance-Risiko spielen wollt. Weil die Frage häufig dann kommt, wir machen häufig sogar beides, das heißt, wir haben einen Teil der Position sozusagen auf mehr Wumms, also besseres Chance-Risiko-Verhältnis und einen Teil mehr auf Trefferquote, wo wir sagen, naja, gut, wenn es gut geht, dann ist es auch super. So, jetzt habe ich lange gesprochen und das vom Wochenende, aber es ist langes Wochenende. Zumindest mal scheint es so, denn die Börse, die hat ja offen, ich muss gestehen, ich kann noch nicht 100% sagen, wie es am Montag aussieht. Am Dienstag geht es definitiv hier zu einem Update von mir. Das heißt, bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall. Bis Dienstag. Falls wir uns vorher nicht mehr hören, euch erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.